oder noch ein weiter okay kann hier normalerweise nicht drauf so moment also hier okay so das weg das weg so problem ist das muss hier noch weg ansonsten kann ja von hier irgendwie so einfach mal rüber hoppeln und das ist ja nicht der sinn des ganzen und ich glaube ich mache das folgendermaßen dass ich das ja wie mache ich das denn jetzt eigentlich würde ich das gerne ich probiere kurz was das aussehen wird aber es ist eine idee und noch ein apfel und hier muss auch das holz weg so jetzt müsste es auch langsam verschwinden der ganze kram so wie sähe das denn aus natürlich die frage ob ich das nicht einfach hierhin mach ach man ich weiß ja nicht ich würde ja schon gerne das hier so wirklich schick machen und dann so also natürlich wird es nicht aussehen aber es würde dann zumindest so einen schönen abgerundeten abschluss haben und würde halt schick aussehen doch jetzt hätte ich eine idee so moment das hat doch was muss ich hier halt noch alles zu machen so ich nehme ich hier weg und die auch so dann kann ich hier den zaun weiter ziehen so weit er soll ja nur oder nee ich mache das folgendermaßen ich setze ihn dann hier weiter hin dass er dann hier oben lang kommt da hätten wir nämlich schon so ein paar besucher wieder so hier kommt auf jeden fall eine flacke hin und hier so dann können wir das nochmal abreißen hier das ist ein bisschen zaun den setzen wir dann da oben rauf aber das möchte ich jetzt ungern nachts machen denn das kann immer böse enden aber die eier kann ich nochmal mitnehmen die jetzt hier rum umhühnern so 1 2 3 okay noch eins nö das war's geh weg hier geh weg da jetzt ist die bildrate wieder so im arsch oh mann ich hasse es na jetzt ist meine maus noch am rumspinnen super so kletter mal hoch in unser schönes zimmerchen ach ja nein also um nochmal zurück zu kommen ich hatte in den letzten zwei monaten wirklich sehr sehr wenig zeit also ich war viel im ausland und habe es wirklich nicht hinbekommen mal wirklich so ein paar tage Ruhe zu kriegen und immer wenn ich dann mal zeit hatte eventuell mal eine aufnahme zu starten kam irgendwie was anderes dazwischen fand ich persönlich nicht so schön aber kann ich halt konnte ich halt wirklich nichts mehr machen also ist halt so aber da ich das ganze halt eh hobbymäßig und nicht professionell betreibe denke ich was soll das denn jetzt äh denke ich mal dass das nicht ganz so schlimm war für euch ähm das habt ihr glaube ich überlebt ja super das klappt ja echt hervorragend mit den ganzen blöden Eiern so auf der Ebene oder machen wir das einen höher das wird natürlich viel geiler aussehen was kann man eigentlich machen dafür hau ich das hier nochmal weg die ganzen Räumchen hier so das muss weg du musst weg du musst weg so du musst weg dann müsste es dann natürlich ah dann muss ich natürlich einen weiter nehmen aber das kriege ich ja hin so ich hebe das Holz nochmal weg so zack äh ja also folgender Vorschlag allgemein also ich werde mich jetzt äh die nächsten zwei drei Folgen bestimmt noch damit beschäftigen hier so ein paar Feinheiten zu machen äh ein Kätzchen ich habe keinen Fisch auch schade so süß ein kleines ach das ist ja das ist ja eine Babykatze wo ist denn die Mutti dazu hallo was hoppelt hier rum ok von oben kommt nix äh ist jetzt auch egal ähm ich muss mal was fressen so lecker äh ja mhm 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 machen wir mal folgendes bauen wir mal hier weiter so du kommst hier weg ach ne so geht's ja gar nicht äh das muss ja hier hin geht ja einfach nur darum dass das von der einen Seite da aus schick aussieht sprich von der hier äh ich weiß noch nicht was wir hier hin bauen werden aber äh ich lass mir dann noch was einfallen irgendwas muss hier ja hin irgendwas schickes also hier haben wir jetzt echt so einen richtig schönen Platz dafür so huch oh jetzt hab ich echt ne coole Idee dann nehmen wir nämlich das hier weiter naja wir grenzen uns hier richtig schön ab vom Rest der Welt äh ah ne das hätte ich schon lassen können so ok mehr Erde hab ich gerade nicht dabei ich muss ein bisschen Erde abbauen Frage ist nur wo wo baue ich jetzt Erde ab hier könnte ich eigentlich so ein bisschen Erde abbauen hier stört das keinen muss ja auch nicht viel sein so nur so ein bisschen damit ich hier das ganze noch fertig machen kann hab ich noch weitere Fackeln? dann äh dann baue ich die Kohle hier auch nochmal ab kann ich mir gleich noch ein paar Fackeln machen so da la 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 oh ganz schön viel Kohle ist gut dann gibt es gleich mehr Fackeln äh so so und so so dann kann ich das hier nochmal dicht machen so halt da 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 so so dann ziehen wir das hier mal lang dann kommt hier nachher oben der Zaun hin das wird glaube ich ganz cool aussehen äh jetzt nehmen wir erstmal so ich muss nachher nochmal gucken wo wir hier einen Eingang machen weil unten Ausgang und so weiter äh Moment das kann ich hier eigentlich auch nochmal abbauen okay ich schaufel hinüber so also ich denke dass ich jetzt so etwa eine Stunde bis zwei Stunden irgendwie aufnehme dann gibt es erstmal wieder ein paar Folgen eine Stunde sind ja so im Schnitt etwa ja was sind das äh ja fast vier Folgen je nachdem wie lange ich die mache so das hätten wir auch das füllen wir hier auch mal auf eigentlich könnten wir hier gleich noch weiter abbauen aber was gleich noch mal hin erstmal neue Zäune bauen so so dann kommt das hier hin äh wend mal kann ich eigentlich jetzt das so ha sehr schön da habe ich wieder ein paar Fackeln kann ich nämlich hier direkt welche anbringen darin ist mir nämlich sehr gelegen so so hier eine und hier eine äh ich weiß noch nicht was wir hier hin bauen werden aber irgendwas kommt hier noch hin das ist das ist klar also ich kann ja natürlich hier vielleicht auch noch mal so ein paar Fackeln anbringen äh ja so Pi mal Daumen das muss jetzt nicht symmetrisch sein äh so ungefähr so das war das dann müssen wir hier natürlich auch noch so ein bisschen ausleuchten zack so hier noch hin dann hier die Ecke dann nehme ich hier die Ecke nochmal und hier hinten die beiden Ecken auch so und dann ist das auch so ähm dann ist das auch hell genug hier hoffe ich so ich mach hier unten mach ich nochmal zwei eins äh zwei dann hier noch eine und hier noch eine so das hab ich jetzt guck ich mal ach ich hab doch bestimmt ah ich hab doch hier im Keller bestimmt noch Erde so ja was wir da halt hin bauen weiß noch nicht vielleicht ein Luftschutzbunker vielleicht irgendeinen anderen Mist und hier ah Erde nehme ich mal glaube ich komplett mit was brauche ich noch jetzt äh eigentlich nichts ne ok ah doch Zäune wollte ich machen insofern brauche ich Holz die kann ich auch mal mitnehmen Holz kann ich mitnehmen Holz was macht denn Dreck hier drin äh so was haben wir hier äh habe ich noch Stickies über ja aber nicht annähernd genug so machen wir das auch nochmal zu Sticks und das auch nochmal zu Sticks und das auch nochmal zu Sticks machen wir den weg machen wir das mal aus Holz das mal zu Sticks so 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 und so so machen wir das so jetzt haben wir erstmal genug würde ich sagen und jetzt wird's dunkel jetzt hauen wir uns erstmal hin äh ok ach ja und ab ins Bett müde ich ich so ich so ich Untertitelung des ZDF, 2020